heute für euch ein test die titanball groß von agento funke feuerwerk klasse 2 zugelassen 45 gramm nemm also hier ist 15 gramm pro ball ist auch schon ordentlich klasse 2 wie gesagt und anschauen was die dinge drauf haben let's go und nun die agente volks wahrscheinlich die dinge drauf haben die sind brutal man kann es für mich meine formen absolut genial die dinge und damit hoffe ich das wieder durchgefahren macht's gut bis zum nächsten mal